Hallo meine Freunde und Abonnenten! Mir ist etwas aufgefallen. Das hier. Das schaut ihr gar nicht. Wollt ihr das sehen? Mal ehrlich. Wollt ihr das sehen oder soll ich ein anderes Projekt anfangen? Nur mal so kurz hier angefragt. Jetzt nicht böse gemeint, ich bin nicht aggressiv drauf oder so. Es ist ja okay, wenn ihr mal was von mir nicht sehen wollt. Aber wollt ihr das sehen? Weil irgendwie wird Crash Bandicoot mehr kommentiert als Crysis. Und Balscheid wird auch mehr kommentiert. Crysis wird praktisch gar nicht kommentiert. Kaum bewertet und kaum geflugt. Ich will nur nicht meine Zeit verschwenden. Also wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt das bitte hier. Da unten als Kommentar. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, dann schreibt das auch da unten als Kommentar. Und wenn es euch scheißegal ist, dann schreibt es auch hin. Ich hoffe ihr wollt es sehen. Weil... Ist eure Entscheidung. Peace.